Untertitelung. BR 2018 Sehr bien, Koki. Untertitelung. BR 2018 Dann kam er hierher und hat es auch so gemacht und hat erfolgreich vermittelt zu einer ganz lieben Familie mit zwei Kindern. Aber da hatte Frauchen dann doch ihre Probleme mit dem Übergrößerwerb. Er war einfach in der Wohnung, um ein ganz lieber Kerl zu handeln. Aber sobald es nach draußen ging, war er doch einfach zu stark, zu kräftig. Zentrammeln voll. Er ist ein Power-Paket. Man muss mit ihm unbedingt in die Hundeschule oder vielleicht sogar Hundesport machen. Er ist auch ein Notfall-Kid, denn er nimmt immer mehr ab, je länger er jetzt hier, umso dünner wird er. Er ist einfach unglücklich, braucht dringend eine Familie. Merkt man auch, er spricht ein bisschen. Das ist bei Riesenschnauzern so typisch. Er sagt auch, was er denkt und wir dürfen ihm unpassende Familie finden. Er hat eine ganz besondere Schönheit. Das ist Tina. Ein kaum krankischer Schäfer. Sie ist knapp zwei Wochen. Ein schönes Tier. Sieht ein bisschen aus wie ein Teddybär. Aber Tina ist kein Teddybär, sondern ein sogenannter Ehrenschutzwund. Und das bedeutet, sie haben doch auch... Ich habe ja gar nicht, okay. ...und das bedeutet, sie haben doch auch... ...und mit unseren deutschen Schäferwunden. Tina hat ja auch eine gute Verlust. Aber sie hat sich wohl nicht zu Recht. Denn sie hat sich da ein paar Grundstücke auszahlen. Und da war auch ein zwei Meter hoher Zaun kein Problem. Und daher hat sie auch nur jemanden vermittelt, der sich mit diesen Kaukasiern gut auskältet. Und wir hoffen, dass sie auch die Hunde und die Katzen, die wir Ihnen heute vorgestellt haben, glücklich und zufrieden bei Ihnen landen. Und wir freuen uns, wenn Sie uns wieder einschalten bei der nächsten TV-Kommission hier im RTV. Machen Sie es gut. Okay. Hey. Hello. Ja. Sehr. Pas ein Problem. Hey. Where are we? Where are we? So. Bitte wählen Sie! Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020